Willkommen zurück zum AXE Weibold an meiner Seite der Daniel Jürgen ein Guck mal bitte auch wenn er immer wieder muss wir haben uns wieder erholt einigermaßen wie viele Prozent wie viel was ich glaube jetzt ein Läder bei uns gehört so dann wollen wir mal weiter nach einem potenziellen zuhause gucken ja sie dürfen vor diese Schlange ist nicht mein Freund wir müssen uns weiter links halten dann viel weiter links so es kommt hier Schlange alles auf einmal hinter dir her ja ist egal komm hast du die Maria jetzt gelabelt ne hast du nicht muss ich noch so dann komm mal mit wo verlang ist da unten schon wieder Sumpf auch nö hau ab Schlange ja ich kann vorbeilaufen was kommen sie mit alter Moment mal mal zurück ich dachte es ist es ist ein Steinstatue hier der hier guckt ja ich deine Beine bringen mich zum Leben vorbei weißt du ich gehe vorbei der bewegt sich gar nicht warte mal bleib mal stehen bleibt mal stehen wenn man steht stehen bleiben ich lebe jetzt ein Ding da es geht mir auf den Sack ach steht das bei dir dann auch um oder was ne aber immer wenn ich dich anguckt dann sehe ich dieses äh Level Zeichen und Köln mit siemen aber ne das der erseuft uns bei uns dafür haben wir sogar die Zeit so viel zu lange dauern in der Tat oh nein ein Bär vorsichtig oh nein ein Bär den trauen wir uns dann doch nicht alter das leckt bei mir wieder einer stumm und still ja der steckt fest geil oder der Magen hat die Knurr oh guck mal hier ist eine Höhle naja kannst du da reingehen ganz kurz mal nachschauen wir können dann immer noch rausflüchten oder ja so warte ich lass es hier stehen oh Standbild hatte ich auch immer noch Standbild wie Stand Standbild ne 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 ich will gar nicht weiter vergiss es gefällt mir nicht raus Standbild vorbei boah alter leckt das hier wie Sau einfach weiterlaufen hier ein Leck nein wieder hauptsache du läufst gerade aus schau mal hier ist schön mit dem Wasser am Boden ne die Höhle kenn ich sogar auch Schlange gegen Schweinchen und ja stimmt die Höhle kennen wir komm hier nicht durch komm hier nicht durch das hier irgendwie auf dem Felsen ne ich versuch's außen rum und jetzt nach links genau Alter das kommt hier und ist doch schon ganz schön schnell ne so jetzt laufen wir wenigstens endlich mal in die richtige Richtung ne immer noch nicht wir müssen immer noch weiter links Junge das ist doch ein Irrgarten vom Feinsten die ist heiß oh ne ist doch gelogen voll heiß hier oh ne ich will hier nicht durch oh warte er muss scheißen ist das wieder so ein Mutter ja oh der Dampfzug ach du kannst ja hier von ne ja Junge ich will ich muss auch da durch ok Daniel pass auf wir gehen hier entlang ja ich kann laufen hier entlang oh hier ist echt voll der Nebel voll unheimlich die Affen hören man in den Hintergrund hier kommt noch einer ja helf mir au du hast mich gepiekst du Arschloch ne hast du nicht ja da fällt er um aua was ist das oh Hilfe verprügeln alter verprügeln weißt du was das sag ich bloß ok ich kann nicht scheißen so ich muss jetzt mal nochmal auf die Karte gucken bist du in meiner Nähe ja ich höre deine Beine nicht deswegen ach so jetzt müssen wir auf die andere Seite rüber wie kommen wir in die wow was ist das hier ein Vitterstein wie kommen wir jetzt auf die andere Seite rüber äh außen durch ne ne da ist ein Krokodil deswegen so ey die Spucker greifen einen gar nicht an ne manchmal nicht ne ich glaube weil wir Raptoren sind und Fleischfresser und so der ist ja verliebt ah was zum Henker lange warum auf mich oh was ist das denn nimm die Karte weg oh oh Krokodil Krokodil rette sich wer kann Krokodil ah ich sehs boah bist du groß huh Daniel wo bist du ja hinter dem Krokodil ok hier sind Schlangen alles ja mich machen ja hier die Libellen schon wieder Krokodil Aua Aua potze wo bist du halt fertig warte mal ich guck mal ob hier komm ich nicht weiter warte mal ich muss zurück ich bin bei dir ähm Moment oh hier ist schon wieder Musik Daniel Aua nein oh nein Krokodil 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 keine Ahnung ich hab da nicht so viel Leben verloren ich hab Angst brauchst du Gammelfleisch ne ne er hat genug drinnen alter und wie lang pennt er jetzt Junge war auf kannst du ein bisschen Büsche sammeln schau mal hier kannst du überall sammeln wie mir ein paar weiße eine weiße Beere zwei weiße Beeren oh hinzugefügt eine X Spezies Pflanze alter ich hab hier Angst ne na ich auch schon wieder hier Schlangen und Krokodile alter aber Krokodile brauch mal keine Angst mehr haben hab ich gemerkt mh der war Level 2 aber ist doch ein Witz dass dein äh Skorpion sich jedes mal pennen legt oder ja ja ich mein das ist ein verdammter Skorpion dann brauch man ne Schlange scheiß aufs kann man Schlangen reiten weiß ich nicht ich weiß ja nicht mal ob man die zähmen kann wie so ein Jetski weiß sich so ranklammern so sechs weiße Beeren ich hab den schon alles reingeballert an weißen Beeren was ich hatte wir zieh nicht kusch 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 ja sorry wegen Hintergrund ja man hört schon ich hab grad wieder leck gehabt wieso willst du mich lecken oder was ich hab ein lecker ähm raptor mach mal hier den kleinen Spucker alter ich wieg zu viel komm du klärst das oh kampf ja achso das hab er gemacht boah ist das schwer der ist überladen oh ich musste was ich hoffe Beeren reichen aus wenn ich die esse komm Skubion was brauche ich denn hier für auf glaub der ist wieder wach ne ja gut dann wollen wir weiter so mal auf hier müssen nach links wo bist du äh äh hier ja wir müssen über den Fluss da greift der Frasch an ne boah alter ja genau gleich zwei ja alles wackelt und leckt und alter jetzt bin ich unter seine Beine und komm gar nicht mehr voran boah ah so wir müssen da rüber ja dann geh vor ja warum ich du hast ein scheiß Krokodil Junge ah ich seh es einfach dran vorbei ah oh nein der ist zu schnell kämpft oh der schnappt der schnappt ich mach nen größeren Bogen ne da ist nix dagegen oh da hinten ist noch ein Krokodil oh 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 da ist er der lässt mich nicht vorbei jetzt hat er mich vorbeigelassen ich kann nicht kämpfen man hab ihn so oft gestochen Alter ich gehe mal weg hier Alter ich sehe das Krokodil leck bei mir übelst Junge Alter hab ich gerade leck oh aber über dem was muss da nochmal überprüfen mit dem hatten wir damals nicht wenn wir einfach so mal durch die Wälder gezogen sind ne ja ich schon vielleicht weil so viele Leute auf dem Server joint ich weiß es nicht Alter ist ein Krokodil erlebt die so viele oh hilfst du mir was ist los Abtor und Skorpion gegen mich ja machen wir machen Abflug ich bin da kann ich nicht so wir haben sie oh Gott sei Dank ich hab noch nicht mal viel Leben verloren alter Brava Skorpion ja warte mal ich hab keine Ausdauer mehr ich bin voll wieviel Fleisch wir schon wieder ansammelt oh 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 die Sterne gehen hoch die wachsen schau mal bitte nach wieviel äh Fleisch dann Skorpion noch hat er hat reichlich ich mein Gammelfleisch 18 gut weiter sind wir jetzt auf der richtigen Insel warte mal ja Gott sei Dank jetzt sind wir auf der Hauptinsel Daniel was sagst du dazu wie Hauptinsel? ne Hauptinsel da wo der Valkan auch ist und so so da ist es dass wir noch keinen Star Ah! ein Semelzahntiger warte ich komme oh da haut mir auf die Fresse vom Feinsten hab ich schon ein paar mal den Arsch gestochen jawoll das ist eine echt gute Kombination Skorpion und Abtor meine Rede oh oh hier ist aber ein ganz schön dichter Dschungel ja ja einfach mir nach Alter ich bin schon wieder so voll an Fleisch das ist doch nicht mehr normal ey was mach ich denn ich hab ich kann nichts wegschmeißen so jetzt aber alter hier ist echt dicht wo bist du? was ist los? schon wieder Sonne und noch eine Schlange von rechts ja das sehe ich oh ich leg mich gleich wieder schlafen nein liegt schon du kämpfst immer obwohl du keine Ausdauer mehr hast kann es sein? ne Ausdauer hat ja wow wo kommt ihr alle her? was ist das schon wieder? Ameisen? oh level up ja ja komm hier ähm warte mal ach das kann man gar nicht leveln hier unten seine Sterne Heilandsacker ja ich geh nochmal auf Leben er kriegt das Leben bis er über 1000 ist ok wo gehen wir hin? alter das wird finster alter ich seh nix mehr ein ich muss nur warten bis die nachts vorbei ist Moment ich mach mir ne Fackel was brauche ich dazu? Holz und Feuer statt ok so warte ich will mir auch schnell eine machen Au! mehr Angriffen wovon? Tor ab Tor gib ihm! jawoll jammm lecker lecker so ich kann jetzt auch ne Fackel herstellen ah so so was aus dem Hinterhalt ja wird hier noch alles im Dunkeln da hinten lauert ich will nach Hause ne ehrlich ich will nach Hause wir haben immer noch kein richtiges Fleckchen gefunden oh zwei Fackeln sind schon hart an der Grenze du ich kann entweder Fackel oder Raptor ne warte ich kann beides ja beides ne kann ich nicht doch hast du eben grad gehabt die uns Zeit ne ich mein ähm map oder oder achso ne dann Karte oder Fackel ja sag Bescheid wenn du nicht durchkommst dann beiß es einfach weg ja nimmt da aber Holz alles auf bei mir nicht ne weiß es nicht genau aber nur wenn es dir angezeigt wird alter ich brauch dich ja ich seh nicht die Bohne ne Angst nö oh mir ist kalt weiß ich nicht mir auch oh ich hab Durst ich hab doch Fackel wieso ist mir kalt Eiswürfel oh oh das ist nicht gut komm lass mal zurück schnell glaub wir gehen hier in eine Winterregion ne keine Ahnung boah was ist das denn guck mal hier eh geh weg mit deinen tausend Beinchen hier in lang geh mal da lang mit der Fackel ich seh nichts da rechts hier so grütteltier grütteltier ja hier wie auch Schneeflocken mein Wasserhaushalt ist gerade ein bisschen kacka Beeren essen weiß ja nicht genau wo du hin willst ja irgendwo anders hin auf jeden Fall das schöne ist und ich denke wir sind noch im Süden ne dass wir noch im Süden wohnen aber wir sind ja nicht mehr im Süden das heißt wenn der mal kommt der sieht dann nur noch eine Geisterstadt also ein Geisterdorf Alter wo bist du denn und wo geht's hier lang ah was ist los nein ich steck fest gib ihm ich schlag ihn tot Level 1 Junge Level 1 ich musste früher aufstehen aber ehrlich mein ist aber auch mein Ausdruck weg Alter deine Beine ne die lassen mich lecken ach dann spar mal deine Ausdauer auf uiuiuiuiui da ist wieder voll ok ich glaub ich weiß wo ich hin will dann müssen wir aber noch ein bisschen reiten bist du dabei? ja gut einmal quer durch bitte der Engwärm der Engwärm ne hat natürlich gepasst dachte ich gerade wieso bleibt das Skorpion jetzt stehen ey obwohl ich Kontrollermäßig gar nicht das wollte naja musste mal ja das muss auch mal sein aber schön ist es hier wääh was denn? mir fast runter gefallen so da hinten will ich hin da hinten und hier ist glaub ich Metall ja hier ist Metall Daniel ja aber hier ist auch Eiswürfel alter was ist das denn? ah! der kickt mich zu Tode Terrorbird ach! ah! alter alter nein Korpion auch noch Dallenschlag drauf ja jetzt Korpion hab ich ich kann mich nicht bewegen Buckelhahn so hat er ich bin jetzt extra abgestiegen weil ich Panik gekriegt hab was machst du? ähm Daniel da ist keine Leiche auch bei mir schon der ist runtergerollt naja egal leck also diesen Terrorvogel der schaut aus wie ein Chocobo ne? den kann man reisen ja der dich grad angegriffen hat hier dieser ja ja voll der verrückte dass er sich einbildet also hier ist schon mal Metall das ist gut hier oben ist Metall das heißt da runter müsste man du bist natürlich hinter mir ne? der ist schon wieder ein Level ab alter der geht ab hau ab ja mach du mal weiter komm mal der ist giftgrün sehr schön äh hinter dir Hirn oh noch einer darf jetzt nicht kommen sonst lässt sich meiner wieder schlafen ach nö ja die kann man leider auch nicht höher skillen die Riste also hier die Sterne wir müssen hier durch den Dschungel durch okay das sind deine Tippe wir sind bald da Daniel wir sind bald da du musst hier irgendwie durchkommen ich sehe es wenn du gemerkt hast oh bin zu fett dafür was hältst du von genau hier? du kannst den Turm bauen so hoch du willst du kannst den Turm bauen du kannst den Turm bauen du kannst den Stein weg holen hier? nö der ist Textur kannst du nicht ne? das heißt du kannst den B bauen du kannst auf den Stein bauen da unten ist ein langen Hälse wie blöd der Seite? boah ich sehe nichts Junge oh da drüben rennt oh muss ich zurück na schau mal du hast hier alter voll die geile Klippe das heißt du kannst mit dem Vogel und so wir haben den Vogel schon aber den haben wir ja noch nicht oh den kriegen wir und da hinten ist Metall das ist wichtig du hast ein Klumpen Metall gesehen ne zwei und wo einer ist ist auch mehr besser lieber ein Klumpen als gar kein Klumpen ich bin eng hier würde ich sagen ne das die Steine kommen ja alles weg die sind lustig die wollen mit mir fighten ne man gar nicht nur wenn sie jetzt hoch gehüpft sind kam so ein bisschen Gras hier vor also den kann man weg machen hier den großen nein den nicht und den großen da auch nicht das meine ich ja ein bisschen eng hier bauen alles aber das ist doch genau das schöne du kannst quasi hier unten deine dein Untergeschoss haben und auf den Steinen bauen du kannst doch eine Ebene oben drauf sitzen weißt was ich meine ja hier haben wir auch nicht direkt Zugriff auf Wasser das würde ich gar nicht mal so sagen ähm wir haben hier keinen direkten Zugriff auf Wasser aber wir haben Bären ohne Ende ja man kann doch eine Wasserleitung bauen Daniel Wasserleitung naja hier finde ich jedenfalls nicht so optimal ok dann müssen wir jetzt ins Wasser runterspringen nein aber ich glaube den Sprung würden wir sowieso nicht machen oder was meinst du das ist aber gleich dann ein Kampf ne ja ich meine wenn wir es nicht auf dem Boden schaffen dann haben ich meine wenn wir es nicht ins Wasser schaffen dann äh tut es weh ja ich würde hier ich könnte ich kann nicht ich kann ja nicht springen also ich ach so ja die Wand runter Spino äh ne da würde ich dann doch nicht runter lass uns mal hier äh hier an die Seite noch lang gehen welche Seite? willst du die oder hier lieber die weil wir von daher gekommen sind wo du wirst hin gehst ja aber ich denke oder warte was sagt die Map die Map sagt gehen sie irgendwo in irgendeine Richtung und gehen sie über Wasser lass uns mal dahin gehen naja ich muss ja auf dich warten dass du ja durch kommst das schöne ist du bist wie ein Panzer du kannst dich 360 Grad drehen aber ich glaube hier kommst du nicht durch oh ich auch nicht ne brauchst du nicht naja jetzt fällt er schon alter ist eng hier alter ich komm da nicht oben drauf oh ne komm ich nicht du möchtest dann oben machen ist ja ätzend ich sehe hier nen Scheißdreck ja auch nix alles voller Gestrüpp hier soll man dann hier durchsehen ja aber schön ist es da konnte ich grad rüber laufen ich bin stolz auf dich ich fand die Position gar nicht mal so übel weil du halt ne mega Aussicht hast ja aber Aussicht ist eins aber wenn man äh ja jetzt meine Fackel kaputt kann ich die gleich wieder heil machen wenigstens ja kann ich ja stimmt ohne Fackel Alter das schaut so geil aus hier aber wenn man nicht direkt nen Wasserzugriff hat und alles so eng ist eng ist relativ das Gestrüpp und das Geröll hinter uns wäre ja weg gewesen ja ja aber ja gut hast ja recht dachte das schon dann etwas bisschen freiflächiger echt ich hätte gerne am liebsten ganz kuschelig im Wald ja 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 da kommen ja ja dann baut halt jeder sein eigenes Zuhause äh ich will jetzt den Schnitt machen schon wieder ja hast du einen Schnupfen? nö hast du dich so angehört? naja und die Nase verstopfen müssen ja haa hat da jemand den Ventilator zu lang angelassen über Nacht nö 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 oh da kommt schon wieder was hinterher oh alter ist ein Terrorvogel mein Tod alter boi was ist was geht hier alter sieben ganzes Rudel oh oh der Vogel tötet mich der Vogel tötet mich alter gut wo bist du ah ah warte bleib doch hier auf der Entapter töte ihn alter neiiiin oh neiiiin ich spawne Daniel warum sind die nicht so aggressiv diese Kackvögel du meinst du warum sind die so stark alter die sind ja mega hart meine Fresse ne nichts Presse oh oh wo bin ich den gespawnt hier ist Eis was wir müssen trotzdem einen Schnitt machen das ist schon eine halbe Stunde ich bleib mal hier bei deiner Leiche ich setze den Vogel auf Folgen einfach Daniel und was auf Folgen wir soll dir folgen ach so deiner ne ich wollte dir bei deiner Leiche warten dass du wieder herkommst ja okay wir machen einen Schnitt sagen danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal vielen Dank und tschüss Ciao